so mal weg man, geh mir doch. Ich hatte gleichzeitig auch die Nüsse Ich konnte natürlich, die kriegen den Puck immer, wenn du das machst, der Puck rutscht nach links, nach rechts Die kriegen den Puck immer so, dass der genau in Richtung Tor rutscht Ich hatte keinen Boost, ich konnte überhaupt nichts machen Ich werde nicht hinterhergekommen Ich sage ja, Kev, ich verstehe es nicht, warum die immer alle so viel Boost haben Der hat sich den jetzt doch geholt, dem Vorbeigehen, das mache ich auch sehr gerne Aber Aber jedes Mal die gleiche Miss Im Grün, dass du Die können die, die werden die ab, drei Mann sind zu vorne, die willst du ein Konter setzen, den Zocker ist da wieder einer von denen hin Jetzt haben wir hinten Oh, geh, Bill Und den schubsen die einen so, oder? Ja, ja, ich komm gerade auch nicht irgendwie Natürlich Jetzt habe ich jetzt nicht gewohnt, wenn der noch reingegangen ist Oh, sorry Ja Hey, du kannst nichts machen, du kannst nichts machen Du kriegst fünf Schläge von denen noch Hier, der haut mir einen Weg, dass der noch an Pfosten geht Hey, ich sappe hatte ich gerade Genau Ah, du stehst mir fast im Weg Ich hab Kev reingekickt in den Nein, hast du nicht, du hast mich weggehauen sogar noch Der wird aber jetzt kommt Nein, nein, der war vorher schon so Du hast ja fast auf den Weg gestanden Weil ich da eigentlich nochmal hinterher wollte Aber egal, Tor ist Tor Das ist etwas Wo wollt ihr nicht? Schade Ja, weil sie jetzt nicht schlecht Aber ich wollte extra weg, schön von dir Ich hab mit dir den Ball, äh, den Ball, sag ich eh, Puck abgewehrt Ich hab einen Hundertstern durch und der kommt quer über die Bahn geflogen und tötet mich Nein! Der geht ja, bei uns darf es nicht rein, wo wir gehen Ja, bei denen geht ja natürlich dann rein Warum kriegst du noch da hin? Latte Pfosten gehalten Und auch das eigene Tor Ich hab nochmal noch geholt Ja, klar, normal, weil es gerade Was so absolut ist, was sind so Leute dabei Oh nein, da hat er den noch geholt, ey Ich wollte den rein, weil ich wollte gerade rein drücken, weil der genau fast so geflogen ist Und der krieg kommt noch ein Geflogen und holt sich den Ich probiere nochmal Natürlich nicht Wir waren zuerst dran Ja, normal, wie immer Wie immer ist der Gegner zuerst dran Du kannst nichts machen Oh, ey Fuck you Fuck you Diese Scheiß Steuerung manchmal, du willst in Richtung Guck Das Auto fährt in die Pampa Die holen sich da oben und kann ihn ohne Probleme rein drücken Ich kann ohne Bus Müll machen Ach, warum nicht? Ich hab da oben weg Natürlich Bei dem, das ist 1 zu 4, weiß ich Ach, geh mir doch den neuen Nüsse, jedes Mal mir das Ding wegzunehmen Das ist nicht das erste Mal jetzt Hier, weg damit Boah, geht der mir auf den Piss gerade, der Typ Der klebt an mir die ganze Zeit Der geht durch, der ist drin Der Typ geht mir echt langsam mal auf den Geist 4, 5 Mal schnappt der mir den Bus vor der Nase so weg Und dann kann er da natürlich den rein drücken Ah, natürlich Ah Kannst nichts machen Kannst nichts machen Du kriegst aber auch wahrscheinlich so absolute Profis die ganze Zeit Weißt du, ich bin Kupfer und du bist wahrscheinlich die Platin-Deute ohne so Leck mich am Arsch, Alter, bleib da mal wo du bist, du Pisser Ja Ja Weißt du, gehst du echt Ach du Weißt du, ich spielst du Kupfer Bronzeniveau Inaktivität Ach Ja, weil du gegangen bist, als der Countdown schon lief, du musst sagen, können wir mal ins Menü zurück, ich muss mal was machen Und nicht während das Spiel schon anfängt sagen, ich geh jetzt mal AFK Ja Sorry, egal Ich gucke, ob ich beitreten kann wieder Nee, ist doch Ranked, hast du selber gesagt, dass man da nicht mehr kann Ich glaube, ich kann da noch beitreten, weil er gerade lädt Bin dabei Ja, ja, sorry, mein Fehler Natürlich fällt der rein Natürlich fällt der rein Bei uns wär der noch vorbeigegangen im Tor Ah, schade Schade, ich kann vorbeigesetzt, ich kann nicht vorbeisitzen Wieso sind die immer so schnell? Das verstehe ich nicht Aber jeder Gegner momentan einfach bei uns Ach, hau ab da Schön, Markus Zwei Zwei Schön gemacht, Baby Der töd ich gegen den Pfosten Ja, ja, sag ja, bei uns ist der reingegangen, der eine Ball Der geht dann in den Pfosten und springt dann noch rein Und bei den Also so macht's mir absolut keinen Spaß, wenn du jedes Mal solche Leute auch fressen Ja, ich sag ja, wir brauchen unbedingt wieder ein neues Spiel Wir brauchen eines, was auch mal ein bisschen uns motiviert und nicht immer noch abfuckt Ja, wenn das mal ein bisschen mehr laufen würde, mal ein bisschen besser laufen würde Und ich jedes Mal so Lackdinger dabei sind Weißt du, die kriegst du Die hauen das Ding an den Pfosten, der Ball springt natürlich rein Und wir hauen das Ding an den Pfosten und wir springen kilometerweit auf die andere Seite Das ist halt genau das, was ich meine die ganze Zeit Ich find das irgendwie ungerecht einfach Sehr schön Das ist nicht super though Oh sorry natürlich kriegt er noch den buch ist ja natürlich alles hat natürlich der karte noch reindrücken die sind aber auch ohne bus sind die zehnmal schneller das verstehe ich nicht ja aber das ist auch wieder so eine typische aktion wir kriegen das ding davor nicht quer und den konter setzen sie genauso fast vor aber jedes mal die gleiche scheiße in grün das ist zuletzt ist wirklich in der ersten aufnahme wo er viele spiele gewonnen haben aber seitdem irgendwie ist da gerade mal so nah dran sind es spielt ja klar wie gestern zum beispiel weißt du mit 00 mark bis von die obertein die markus der haute der linie es wird abgefressen aber die gestern konnten den zum beispiel ohne probleme noch rein machen dann das zählte dann auf einmal noch ein sehr froh ihr seid nur silber ich bin bronzeniveau also die gegner ist wahrscheinlich regelmäßig platzweise sind alles turniersieger sie sind wollen und so weiter sind alles top spieler so regelmäßig kriegst ich ich stehe sogar dran